Herzlich Willkommen bei Tech & Fun und es gibt eine neue Show in Berlin, die macht ganz schön von sich reden. Sie heißt 90s Forever und läuft im edlen Berliner Wintergarten Varieté. Ich bin ja selber ein Kind der 80er und 90er Jahre und ich liebe diese Musik und ich habe mir also logischerweise auch diese Show mal angeschaut. Und das Berliner Wintergarten Varieté hat ja in seinem Programm immer so eine tolle Mischung aus Akrobatik, Artistik und mystischen, magischen Einlagen und das Ganze gemixt mit einer fantastischen Musik. Und hier muss ich ehrlich sagen, ich habe alle Shows gesehen in den letzten Jahren, hier habt ihr euch wirklich selbst übertroffen. Das ist der Hammer, diese Show. Ganz großes Lob. Da gibt es also Songs wie I'm too sexy for my love und da gibt es It's My Life, es gibt Let Me Entertain You von Robbie Williams und das Ganze wird von einer ganzen Schar von jungen und guten Talenten gesungen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Jay Khan kennen aus der Boy Group. Us Five war das gewesen, aber auch zum Beispiel Vanessa S gibt einiges zum Besten und Vanessa S kennen viele auch aus dem Wintergarten, weil sie ist ja schon quasi Stammgast und die ist ja auch mit ihrer Karriere in einer Castingshow im Fernsehen gestartet. Also ganz, ganz große Talente und das muss man einfach mal gesehen haben. Da gibt es so ganz erstaunliche One-Armer, es gibt magische Sneaker, da schweben Sachen im Raum und man denkt, hä, wie, Schwerkraft, Newton und so weiter. Tanzende Bälle, mega schnelle Rollerscales gibt es da. Ganz, ganz großartig. Und dann, und dann, oh, Gänsehaut. Dann kommt Kaschka. Kaschka mit einem ganz, ganz langen Zopf und dazu kommt die Musik von Sheenet O'Connor, Nothing Compares to You. Kaschka lässt sich an dem Zopf hochziehen und macht dort ihre, ich sag's mal ganz vorsichtig, Übungen. Wer sich vorstellen kann, an seinen eigenen Haaren hochgezogen werden zu wollen, der kann sich ungefähr vorstellen, was da an dir vorgeht. Und das ist eine, ein echter bahnbrechender Moment, das anschauen zu können. Es gibt noch einen weiteren bahnbrechenden Moment, den Leute, die im Berliner Wintergarten-Varieté schon mal waren, sicherlich genießen. Das sind die Toiletten. Es gibt Leute, habe ich gehört, die kaufen sich Extrakarten, nur mal auf diese Toiletten gesehen zu haben. Ein weiterer großer Show-Act. Also, guckt euch die Show mal an. 90s Forever, Berliner Wintergarten-Varieté. Die Show läuft noch, ich glaube, bis 21. Juli diesen Jahres und Karten gibt es ab 39 Euro. Große Empfehlung, großartige Show im Berliner Wintergarten-Varieté. Bis zum nächsten Mal.